Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 8, Antrag der Piraten, Drucksachenummer 9587, Modellprojekt zur gesicherten Abgabe von Cannabis für Erwachsene. Und ich weise hin auf den Entschließungsantrag der Fraktion der FDP, Drucksachenummer 9658. Ich eröffne die Aussprache und für die antragstellende Fraktion hat Herr Kollege Lammler das Wort. Frau Präsidentin, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen und ich hoffe, sie hält durch. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Menschen zu Hause am Stream, zuallererst möchte ich all denen danken, die sich in den letzten Monaten mit so viel Herzblut für die Sache eingesetzt haben und bei extremer Hitze und krassen Wolkenbrüchen auf die Straße gegangen sind. Um den Menschen da draußen im Land zu zeigen, wofür sie einstehen, sie aufzuklären. Vielen Dank, ihr habt viel bewegt. Nun zum Antrag selbst. Nun, was soll ich da sagen? Eigentlich ist es alles klar. Die Argumente für die Entkriminalisierung von Cannabis, die sind hinlänglich bekannt. Die haben wir alle diskutiert. Die sind wirklich allen bekannt. Und mir selbst persönlich kommt es auch schon zu Ohren heraus. Wovon sollte ich Sie hier heute überzeugen? Ihr müsst ja leise. Alle Parteien sind irgendwie dafür und werben damit, wann immer sich die Möglichkeit ergibt, aber auch nur irgendwie. Denn wenn es mal darauf ankommt, dann wird gekniffen. Egal, ob von der SPD, den Grünen oder der FDP. Wenn wir allerdings etwas bewegen wollen, meine Damen und Herren, dann müssen wir über Parteigrenzen hinweg an einem Strang ziehen. Genau das war auch unsere Absicht, als wir Ihnen allen vor zwei Monaten einen Brief schrieben und zur gemeinsamen Mitarbeit aufgerufen haben. Vor einigen Wochen gab es sogar noch eine kleine Erinnerung von uns. Gleichzeitig haben viele von Ihnen auch noch mal Briefe und E-Mails von Konsumenten, Patienten und Betroffenen bekommen, die ebenfalls um eine gemeinsame Zusammenarbeit gebeten haben. Ein gemeinsamer Antrag der Fraktion wäre hier die Möglichkeit gewesen, ein Zeichen aus NRW zu senden, welches einen Ruck in Deutschland ausgelöst hätte. NRW hätte hier die Möglichkeit gehabt, Geschichte zu schreiben und zum ersten Bundesland zu werden, die über sichere Cannabisabgabestellen verfügt, mit allen positiven Effekten. Aber was ist passiert? Ja, nichts. Meine Damen und Herren, es ist nichts passiert. Die FDP bringt gestern wie aus dem Nichts einen alternativen Antrag ins Spiel und will noch mal die rechtlichen Möglichkeiten prüfen, Leute, echt, die rechtlichen Möglichkeiten, die braucht man nicht mehr zu prüfen. Die sind geprüft. Schauen Sie einfach mal nach Köln, nach Düsseldorf, nach Berlin, da ist es längst geschehen. Und ich frage mich an dieser Stelle, in welchem Loch hat die FDP gepennt, das sie die letzten Monate nicht mitbekommen hat? Da fehlen mir echt die Worte, da fehlen mir echt die Worte. Der Antrag der FDP heißt eigentlich nur im Klartext, wir FDP wollen jetzt kein Modellprojekt. Punkt, aus, Ende, gut, muss man so hinnehmen, kann nicht mit leben. Kommen wir zu den Regierungsparteien. SPD und Grüne, ja, sie haben sich nicht gerührt, sie haben nicht mal eine Absage verschickt, gar nichts. Ja, einfach mal aussitzen und hoffen, dass es irgendwie von selbst vorbeigeht. Meine Damen und Herren, das ist ein Armutszeugnis vom Feinsten. Immer dann, wenn man die Möglichkeit hat, etwas zu ändern, dann kneift man und die Grünen sind wie immer ganz vorne mit dabei. Aber das eigentlich Dreiste ist, dass während die rot-grüne Regierung rumdrucks, gleichzeitig der Abgeordnete Ünal von den Grünen der Welt am Sonntag erzählt, dass man mit der SPD ein Experiment wagen wolle, Cannabis zu entkriminalisieren, um es legal in Coffeeshops zu verkaufen. Echt jetzt, Herr Ünal, wirklich, wie dreist muss man sein, um Leuten da draußen so ins Gesicht zu lügen. Und eigentlich ist an dieser Stelle alles gesagt. Wissen Sie was, ich gehe jetzt an meinen Platz, ja, und werde mir jetzt gleich das Rumgeschwurbel anhören, ja, wieso Sie doch irgendwie nicht mitmachen können, wieso der Antrag zu kurz oder zu lang ist oder nicht zum richtigen Zeitpunkt kommt oder eher wenig zuständig ist oder was Sie sonst so aus dem Daumen lutschen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Lammler. Für die SPD-Fraktion hat Herr Kollege Lüxel das Wort. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren, also geschwurbel ich mal ein bisschen langsam, gar nicht so aufregend bei dem Punkt, ja. Also in Ihrem Antrag fordern Sie ja die Schaffung eines Modellprojekts zur gesicherten Abgabe. Das haben Sie ja gerade hier dargelegt. Wir hatten eine Anhörung dazu. Es gab auch im Justizausschuss im letzten Jahr eine Anhörung dazu. Und das ist das Wesentliche, auch bei Anhörungen, dass verschiedene Verbände, in dem Fall allen voran der Deutsche Handverband, die Schaffung von Modellprojekten in Deutschland fordert, ist nicht so richtig verwunderlich. Worauf der Antrag der Piraten jedoch überhaupt nicht eingeht, sind die gesundheitlichen Aspekte, die Risiken des Konsums und die Auswirkungen der Abhängigkeit, die in der Anhörung im Februar insbesondere von Medizinern ebenfalls sehr deutlich dargelegt worden sind. Cannabis ist nach wie vor die am häufigsten konsumierte illegale Substanz. 40 Prozent der 18- bis 25-Jährigen in Deutschland haben Cannabis mindestens einmal probiert. Mehr als 600.000 Personen in Deutschland weisen einen missbräuchlichen oder abhängigen Cannabiskonsum auf. Und die Zahl der Personen, die aufgrund cannabisbezogener Störungen Beratungs- und Behandlungsstellen aufsuchen, steigt. Das gesundheitliche Gefährdungspotenzial durch regelmäßigen und intensiven Cannabiskonsum und vor allem auch für die immer jüngeren Erstkonsumentinnen und Konsumenten darf nicht unterschätzt oder verharmlost werden. Cannabiskonsum beschleunigt das Auftreten von Depressionen, sozialer Dysfunktion und sogenannter Negativsymptome wie Motivations- und Initiativlosigkeit. Darüber hinaus erhöht Cannabis das Risiko an Schizophrenen, Psychosen und Angststörungen zu erkranken. Hinzu kommen körperliche Schäden an Herz und Jugendlicher Cannabiskonsum beanträchtigt die neurologische Entwicklung des heranwachsenden Gehirns. Bleibende Schäden und kognitive Einbußen sind nicht auszuschließen. Darüber hinaus ist Cannabis immer noch eine Einstiegsdroge. Die Mehrheit der Erstpatienten gibt bei Beginn einer Suchttherapie Cannabis als ihr Hauptdrogenproblem an. Herr Kollege Yüksel, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Herr Kollege Kern würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Mich würde nur kurz interessieren, wie ist eigentlich die Meinung von Ihrem Kollegen Ott aus Köln zu dem Thema Cannabis? Da müssen Sie ihn fragen. Da kann ich Ihnen nichts zu sagen. Und deshalb ist aus den genannten und hier vorgetragenen Risiken heraus eine staatliche Abgabe von Cannabis in Nordrhein-Westfalen abzulehnen. Hier ist auch die Stellungnahme des Bundesdeutscher Kriminalbeamter zu verweisen, die festhält, dass restriktive Gesetze und Verordnungen grundsätzlich eine hohe Wirksamkeit bei der Begrenzung von Drogenmissbrauch haben. Ein lockerer Umgang mit Cannabis wirkt sich vor allem bei Kindern und Jugendlichen negativ auf deren Konsumbereitschaft aus. Und zu dem Antrag der FDP mit einer kontrollierten Abgabe in Apotheken oder lizenzierten Ausgabestellen, so wie Sie das fordern, in Ihrem Entschließungsantrag, senden wir aus meiner Sicht aus den vorgetragenen Gründen ein kontraproduktives Signal an die jungen Menschen. Und den Kolleginnen und Kollegen, die auf die Niederlande als Paradebeispiel verweisen, schlage ich mal vor, mal einen Blick in den Bericht der Europäischen Drogenbeobachtungsstelle zu werfen. Die Zahl der Cannabiskonsumenten ist ähnlich hoch wie die in Deutschland. Und die der illegalen Handelnden auf dem Schwarzmarkt ist weiterhin ein massives Problem. Wir müssen in dieser Debatte auch differenzieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir diskutieren hier die Abgabe von Cannabis für den persönlichen Rausch und nicht aus gesundheitlichen Gründen. Die Versorgung mit Cannabis zu medizinischen Zwecken ist in Deutschland bereits geregelt. Mit der 25. Verordnung zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher Vorschriften hat die Bundesregierung die rechtlichen Voraussetzungen für die Zulassungs- und Verschreibungsfähigkeit cannabishaltiger Fertigarzneimittel geschaffen. Tumor- und MS-Patienten, HIV-Infizierte und Patienten in Chemotherapie können mit cannabishaltigen Fertigarzneimitteln behandelt werden. Seit 2014 können auch Schmerzpatienten eine Ausnahmeerlaubnis beantragen, um Cannabis in der Apotheke zu erwärmen. Auch das Thema Entkriminalisierung wird im Zusammenhang mit der Freigabe von Cannabis immer wieder diskutiert. Dabei ermöglicht § 31a des Betäubungsmittelgesetzes bereits das Verfahren beim Besitz von kleinen Mengen für den Eigenbedarf seitens der Staatsanwaltschaft eingestellt werden können. Und die Kleinstmenge liegt in Nordrhein-Westfalen bei nicht unerheblichen 10 Gramm. Bevor wir also zusätzlich zu den bereits bestehenden Regeln und Regulierungen einen staatlich genehmigten Rausch diskutieren, sollten wir uns hier auf die zentralen Aufgaben konzentrieren. Und da müssen aus meiner Sicht die Präventionsmaßnahmen intensiviert werden. Kinder und Jugendliche müssen weiterhin verstärkt über die gesundheitlichen Schäen informiert werden, um den romantischen Vorstellungen, um einen Joint, ein realistisches Bild entgegenzusetzen und Mythen über die Ungefährlichkeit, die Sie auch suggerieren, zu korrigieren. Erst letztes Jahr wurde durch das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes ein Landeskonzept gegen Sucht erarbeitet, das zurzeit umgesetzt wird. Herr Kollege Yüksel, ich entschuldige mich, dass ich Sie zum zweiten Mal unterbreche, kurz vor Ende Ihrer Redezeit. Jetzt würde Herr Kollege Marsching Ihnen gerne eine... Entschuldigung, Herr Kollege Lamlam. Ja? Okay. Ja, vielen Dank, Herr Kollege. Ich wollte mal ganz kurz nachfragen, ist Ihnen bekannt, dass eine geregelte Abgabe den Jugendschutz und die Präventionsarbeit erst ermöglichen würde? Ich bin völlig gegenseitiger Auffassung. Ich teile Ihre Meinung dazu nicht. Also, Kolleginnen und Kollegen, mit einer Freigabe oder einer Legalisierung von Cannabis verharmlosen wir eine Droge, die schwere neurologische Schäden bei ihren Konsumenten verursachen kann und deren Leben nachhaltig negativ verändert. Vielleicht sollten Sie mal mit der Drogenhilfe in Ihrem Ort mal sprechen oder in eine psychiatrische Suchtklinik gehen. Wir schützen weder unsere Kinder und Jugendlichen vor dem Erstkontakt, noch helfen wir abhängig bei der Bekämpfung in der Sucht. Deshalb sind die Anträge der Piraten und der FDP abzulehnen. Vielleicht eine letzte Bemerkung, Kolleginnen und Kollegen. Glücklich das Land, was sich solche Diskussionen leisten kann, wo wir ein Recht auf Rausch haben. Wir haben gestern die Flüchtlingsdebatte und ähnliche Geschichten hier gehabt. Da muss man mal alle Tasten auch mal im Schrank lassen bei den Themen, die wir manchmal im Landtag darüber diskutieren. Herr Kollege Yüksel, auch wenn Sie jetzt viel Applaus bekommen haben, alle Tasten im Schrank zu lassen, ist ein grenzwertiger Ausdruck im parlamentarischen Raum. Für die CDU-Fraktion spricht jetzt Herr Kollege Burkhardt. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Alle Jahre wieder fordern die Piraten die Freigabe von Cannabis. Und das, obwohl man weiß, dass das heute gehandelte Haschisch viel stärker abhängig macht. Suchtmediziner des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe haben bestätigt, dass der THC-Gehalt nicht mehr bei 7 Prozent liegt, sondern im Schnitt 30 oder gar bis 50 Prozent ausmacht. Auch ist zu befürchten, dass infolge einer Legalisierung des Drogenkonsums der Drogenkonsum zunimmt und Jugendliche leichter einen Zugang zu Cannabisprodukten haben. Die gesundheitlichen Gefahren durch den Konsum von Cannabis sind immens und reichen von Schlaflosigkeit über Muskelzittern bis hin zu Verfolgungswahn. Und mich verwundert schon die Freigabe, die die FDP über die Apotheken verlangt. Ich erinnere mich daran, als ich 14 oder 15 war und der eine oder andere hat das auch gemacht, wollte dann irgendwann an keinen Joint, das kann ich schon abweisen, aber so eine Zigarette zu bekommen war schon ganz nett. Dann hatte man einen Älteren gefunden, der so eine Zigarettenschachtel kaufen konnte, weil man ja unter 16 Jahren so eine nicht bekam. Und jetzt macht die FDP Folgendes, damit auch 12, 14, 16-Jährige legal an Drogen kommen. Einer 18-Jähriger kauft sie und die können sie dann weitergeben. Es sind ja legal erworbene Drogen. Meine Damen und Herren, auf die Zwischenintervention am 10.11.2014 von Herrn Paul sagte die Kollegin Marion Warden von der SPD, ich halte mich an die Studien, die ich kenne aus Deutschland. Ich habe selber zwei Kinder und möchte auf gar keinen Fall, dass meine Kinder mit dieser Droge in Berührung kommen. Beifall von CDU und FDP. Ich habe großen Respekt vor Menschen, die nach langem Entzug und großen Schwierigkeiten den Ausstieg aus der Drogenszene schaffen. Ich habe viele Kontakte zu Drogen- und Suchtberatungsstellen. Ich weiß auch um die Gefährlichkeit dieses Stoffes. Es mag Länder geben, die das anders einschätzen und bewerten. Da haben wir auch eine ganz andere Struktur als hier. Ich schlage vor, dass wir diese Diskussion qualifiziert und in Ruhe im Ausschuss fortsetzen. Beifall von SPD, CDU, Grünen und FDP. Der Ausschuss und der Jüxel hat eben darauf hingewiesen, hat beraten, hat entschieden. Wir sagen Nein zu beiden Anträgen. Vielen Dank, Herr Kollege Burkhardt. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Ünal. Ja, liebe Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. In der Koalition müssen wir nicht immer die gleiche Meinung haben. Und was die Cannabispolitik angeht, müssen wir von den Piraten überhaupt nicht belehren lassen. Es hat die Grünen eine Cannabispolitik gegeben, wo die Piraten überhaupt nicht existiert haben. So gesehen werde ich jetzt versuchen, ein bisschen unaufgeregt und wirklich fachlich mit dem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen. Seit der Steinzeit hat es keine Gesellschaft gegeben, drogenfrei war. Es geht nicht darum, einfach drogenfreie Gesellschaft zu machen, sondern ein gesellschaftliches Klima zu schaffen, wie man kontrolliert, wie man mit den Drogen umgeht. Wir haben, Cannabis ist tatsächlich nach wie vor beliebste illegale Droge in Europa, sage ich nicht, sondern zu dieser Bewertung kommt. Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht in ihrem Jahresbericht 2011. Es wird auch so sein, dass wir in der Bundesrepublik, weil jede Gesellschaft seiner Drogen hat, egal ob es legal oder illegal ist. In der Tat, Cannabis ist heute flächendeckend frei verfügbar unter den Bedingungen eines unregulierten illegalen Drogenmarktes. Das ist nicht so, dass wir unter Kontrolle haben. Die gesundheitlichen Gefahren von Drogen, egal wirklich, ob es legal oder illegale Drogen angeht, dürfen nicht gering geschätzt und verharmlost werden. Eine der zentralen Fragen in der Drogenpolitik lautet daher nach wie vor, mit welchen Maßnahmen einem gesundheitgefährdenden Cannabiskonsum wirksam begegnet werden kann. Wichtig ist es, mit diesem Konsum dieser Substanzen verschiedene Risiken so gering wie möglich zu halten. Das Konzept, durch Verbotpolitik den Cannabiskonsum einzudämmen, ist gescheitert. Das müssen wir endlich akzeptieren. Die bisherigen Erfahrungen zeigen deutlich, dass das Verbot weder Jugendliche noch Erwachsene wirksam von dem Konsum abhält. Im Moment gibt es in der Bundesrepublik 2,3 Millionen Menschen Cannabis konsumieren, 20 Millionen Menschen irgendwann mit Cannabis Berührung gehabt haben. So gesehen müssen wir mit der Realität auseinandersetzen. So ist der Cannabiskonsum in der Bundesrepublik eine Volksdroge. Sie können leugnen, Sie können sagen, wir wollen das nicht, aber diese Situation wird es nichts ändern, wenn wir unsere Umgangsformen mit der Cannabis und mit anderen Drogen überhaupt nicht kritisch reflektieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, deshalb wollen wir eine kontrollierte Abgabe in der Bundesrepublik vorantreiben, damit man Präventionsarbeit, Jugendschutz vorantreiben kann. Anonyme Präventionsarbeit können Sie nicht leisten, wenn Sie die Konsumenten kriminalisieren, zwei, drei Broschüren herausgeben, sondern Präventionsarbeit funktioniert nur, wenn Sie gezielt mit den Menschen Kontakt aufnehmen. Jede Sucht hat eine Geschichte. Alleine Cannabis verursacht keine Abwendigkeit, sondern muss eine Persönlichkeit dahinterstehen. So gesehen können wir tatsächlich Präventionsarbeit nur leisten, wenn wir eine kontrollierte Abgabe ermöglichen und die Diskriminierung und Kriminalisierung der Konsumenten und Konsumenten abschalten. Deswegen ist unsere Idee, diese Präventionsarbeit, Jugendschutz und Verbraucherschutz, Sie wissen ja, was in diesem Cannabis und seiner Derivaten im Moment beigemischt wird. Von Blei bis Anderen, das ist ein gesundheitgefährdendes Risiko, das wir minimieren möchten. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, trotz dieser inhaltlichen Übereinstimmung können wir mit dieser Art und Weise Ihren Antrag jetzt nicht zustimmen. Erstens, weil sie von der Präventionsarbeit keine Rede ist, weil Sie Jugendschutz überhaupt nicht erwähnen. Und zweitens geht es Ihnen überhaupt nicht, das Thema voranzutreiben, sondern einfach Ihre Duftmarke zu setzen. Deswegen schreiben Sie schnell zwei Sätze von unserer Bundestagsfraktion, sondern liegen Sie hier. So geht es man mit so einem Thema nicht um. Das ist gesellschaftlich ein sehr polarisierendes Thema. Deswegen müssen wir miteinander fachlich auseinandersetzen. Hätten Sie mindestens zur Überweisung machen können, da könnten wir fachlich reden können. Aber in dieser Art und Weise, wie Sie mit diesem Thema umgehen, schaden Sie diese Angelegenheit. Deswegen werden wir Ihren Antrag trotzdem ablehnen. Vielen Dank für Ihre Ablehnung. Herr Kollege Unall, bleiben Sie bitte einen kleinen Moment da. Es ist mir nicht gelungen, Ihren engagierten Redefluss am Schluss so zu unterbrechen, dass ich Sie hätte fragen können, ob Sie eine Zwischenfrage zulassen wollen. Natürlich, bitte schön. Deshalb würde ich das an dieser Stelle jetzt nochmal nachholen wollen. Und Herr Kollege Schulz, bleibt dabei. Okay, dann haben Sie jetzt das Mikrofon. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin und Herr Unall. Ja, ich teile Ihre Auffassung, Frau Präsidentin. Es war mir auch durchaus wert, den Beitrag bis zum Ende zu hören. Und danke Ihnen für die Zulassung der jetzt nachgezogenen Zwischenfrage. Herr Kollege, dürfen wir nach Ihren Ausführungen davon ausgehen, dass von Seiten der regierungstrahlenen Fraktionen, insbesondere aber auch Bündnis 90 die Grüne, in den nächsten Wochen, nachdem sie ja voraussichtlich und gemäß Ankündigung unseren Antrag ablehnen werden, einen im weitesten Sinne gleichlautenden, vielleicht um die von Ihnen erwähnten ergänzenden Punkte erweiterten Antrag hier im Landtag behandeln dürfen? Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Schulz, ich habe ja am Anfang erwähnt, natürlich, da kann man nicht verleugnen, dass in dieser Sache unterschiedliche Meinungen gibt. Deswegen müssen wir miteinander diskutieren, fachlich auseinandersetzen. Aber wir haben natürlich das Ziel vor Augen, dass wir mit dieser Situation anders umgehen müssen. Deswegen gibt es auch einen Entwurf, den wir intern abstimmen müssen. Hier kann ich nicht mehr sagen. Nach der Diskussion in unterschiedlichen Arbeitskreisen, sowohl in der SPD als auch bei den Grünen, werden Sie Ergebnisse hier repräsentiert bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Uller. Für die FDP-Fraktion spricht jetzt Frau Kollegin Schneider. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Weit über 100.000 Menschen werden in diesem Jahr noch nach Nordrhein-Westfalen kommen. Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben, die vor Verfolgung und Gewalt fliehen. Diese Menschen brauchen dringend unsere Hilfe. Unserem Gesundheitssystem steht mit dem demografischen Wandel die größte Herausforderung seit Jahrzehnten bevor. Die Krankenhäuser in unserem Land sind permanent unterfinanziert. Das Pflegepersonal kommt an seine Grenzen. Ärztemangel droht. Und? Was tun wir? Wir müssen zum zweiten Mal in diesem Jahr über Cannabis diskutieren. Es gab dazu schon einen Antrag. Zu diesem Antrag gab es sogar zwei Anhörungen, in denen intensiv und ausschweifend diskutiert wurde. Und jetzt? Zurück auf los. Zurück auf los, aber ohne in das Gefängnis zu gehen. Denn egal, ob wir zum Haupt-, Nord-, Süd- oder Westbahnhof gehen, die Dealer sind längst da. Und die spielen aufgrund der momentanen Gesetzeslage ihr eigenes, ihr rücksichtsloses Spiel. Die Dealer sind es, die am meisten von der aktuellen Gesetzeslage profitieren. Sie fahren auf dem Schwarzmarkt enorme Gewinne ein und schaden gleichzeitig vorsätzlich der Gesundheit ihrer Kunden. Oder glauben Sie, die interessieren sich für Jugendschutz und Prävention? Cannabis gehört mittlerweile zum Leben einer Vielzahl von Menschen. Bis zu vier Millionen regelmäßige Konsumenten soll es laut aktuellen Zahlen allein in Deutschland geben. Trotz des Status der illegalen Substanz und der drohenden Strafverfolgung. Eine Kriminalisierung der Substanz Cannabis schadet jedoch den Falschen. Ohne Frage birgt Cannabis noch immer Gesundheitsrisiken, insbesondere für Heranwachsende. Doch um dieses Problem anzugehen, ist die staatliche Verteufelung der falsche Weg. Ganz im Gegenteil. Präventionsangebote können aufgrund des illegalen Charakters der Thematik nicht an den Mann gebracht werden. Die Konsumenten schaden ihrer Gesundheit hauptsächlich dadurch, dass die Droge nicht kontrolliert und vor allem nicht standardisiert ist. Ein weiterer Verlierer der aktuellen Gesetzeslage ist unsere Polizei. Die Beamten haben wahrscheinlich genug zu tun, sind aber dazu verpflichtet, jedem noch so kleinen Vergehen in Bezug auf Cannabis nachzugehen. Dies verschwendet Unmengen an Personalressourcen. All das, obwohl die meisten kleineren Delikte sowieso eingestellt werden. Der Konsum geringer Mengen Cannabis ist gesellschaftlich ohnehin weitestgehend akzeptiert, was den Kampf der Polizei noch zusätzlich erschwert. Von den finanziellen Belastungen für den Steuerzahler möchte ich eigentlich gar nicht erst anfangen, denn große Summen fließen jährlich in die Strafverfolgung. Eine kontrollierte Abgabe von Cannabis als Genussmittel an volljährige Personen durch Apotheken oder lizenzierte Ausgabestellen hingegen würde viele dieser Probleme aus der Welt schaffen. Das Land könnte Einnahmen in Milliardenhöhe durch die Besteuerung von Cannabis generieren, was führende Ökonomen schon längst fordern. Wenn dieses Geld dem Gesundheitshaushalt zur Verfügung stünde, könnte das Wort Prävention komplett neu buchstabiert werden. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Verwundert bin ich darüber, dass die klassische Verbots- und Bedenkenträgerfraktion sich in letzter Zeit auch für die Legalisierung von Cannabis ausspricht. Die Grünen, verantwortlich für dieses rigorose Raucherbevormundungsgesetz, plädieren für die Freigabe. Diese Partei, die erst vor wenigen Tagen durch Frau Künast verkündete, dass Zucker der neue Tabak sei, diese Partei fordert nun die Freigabe von Cannabis. Mir persönlich fehlt allerdings die Fantasie, wie das funktionieren soll. Rauchverbot und Kiffen, beziehungsweise Kiffen ohne zu rauchen. Oder, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Oder vielleicht kommt nun zu den Seminaren im Bildungsprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen, wie beispielsweise der Schulung von Wolfsbotschaftern, damit wir den Wölfen nicht mit Vorbehalten und Sorgen begegnen, oder dem Seminar jetzt aber Sense, zu dem die Sense mitgebracht werden kann. Vielleicht erweitert das Land Nordrhein-Westfalen sein Kursangebot nur noch um die Fortbildung. Back deinen Glückskeks im Gesundheitsministerium. Grasgrüne Küchentipps für jedermann! Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Der vorleitende Antrag ist ein bürokratisches Monster. Er greift zu kurz. Die Idee hinter diesem Antrag ist eine freiheitliche. Die Redezeit. Deshalb liegt Ihnen von meiner FDP-Fraktion ein Entschließungsantrag vor. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Schneider. Für die Landesregierung spricht jetzt Frau Ministerin Steffens. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Schneider, dass Ihnen die Fantasie manchmal fehlt. Ja, also hätte man eine Freigabe von Cannabis, wovon wir gerade nicht ausgehen, dann würde natürlich das Kiffen ebenso unter das Nichtraucherschutzgesetz fallen. Aber das nur am Rande, weil Sie immer wieder mit solchen dummen Beispielen kommen, die einfach der Thematik nicht entsprechend sind. Und das wird, glaube ich, einem solchen Thema nicht gerecht. Denn das, was notwendig ist, ist, dass wir eine ideologiefreie, dass wir wirklich eine an der Sachfrage orientierte Diskussion dazu führen und das wirklich im Interesse der Menschen in diesem Land. Denn Cannabis, auch das ist heute schon gesagt worden, gehört zu den am häufigsten konsumierten illegalisierten Drogen. Die Auseinandersetzungen über den richtigen Umgang sind keine neuen Auseinandersetzungen. Sie wissen, wie viele Anhörungen und wie viele Debatten wir hier im Landtag dazu hatten. Und das wird doch heute mit Sicherheit nicht die letzte sein. Frau Ministerin Steffens, Herr Kollege Oleak würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Gerne. Vielen Dank, Frau Ministerin. Im Bereich der Entkriminalisierung von Drogen und der Definition von Drogen im Gesamten und bei diesen gesamten Verbotsdebatten möchte ich Sie gerne fragen, ob Sie bereit sind, zur Kenntnis zu nehmen, dass Zucker der Hauptträgerstoff für Globuli ist? Ich weiß nicht, was Zucker und die Frage von Zucker im Zusammenhang mit der Debatte um Cannabis zu tun hat. Da könnte man manchmal fragen, dass die praktischen Beispiele an der Stelle vielleicht schon zu früh zugegriffen haben. Also ich verstehe Ihre Frage im Zusammenhang mit dieser Debatte, die wir jetzt haben, überhaupt nicht. Also wir brauchen eine ideologiefreie, wir brauchen eine sachorientierte Debatte und wir brauchen vor allen Dingen an der Stelle eine gemeinsame Verständigung über die Punkte, die wirklich klar sind. Einigkeit besteht, dass die Risiken des Cannabiskonsums vorhanden sind, dass sie nachhaltig gesenkt werden müssen, dass wir Aufklärung an der Stelle brauchen und unstreitig ist es auch, dass die gesundheitlichen Gefahren des Konsums von Suchtmitteln, und zwar egal, ob legal oder illegal, nicht verharmlost werden dürfen. Und gerade, wenn wir über den Jugendschutz reden, dann müssen wir ganz eindeutig und klar an allererster Stelle auch über den Alkoholkonsum reden. Die Konzepte und die Lösungsansätze, die wir aber brauchen an der Stelle, die müssen sich stärker an den Lebensrealitäten und den Lebenswelten der Menschen orientieren. Und das ist in vielen Fällen heute nach wie vor nicht der Fall. Statt Kriminalisierung der Konsumentinnen und Konsumenten brauchen wir eine Intensivierung, insbesondere auch niedrigschwellige Angebote mit Prävention. Und wenn wir dann darüber reden, wie denn und was für die Sicherstellung eines umfassenden Schutzes von Kindern und Jugendlichen notwendig ist, dann gehen vielleicht die Wege und die Positionen auseinander. Das kann ich gerne tun, Frau Ministerin. Ich glaube schon, dass die Kolleginnen und Kollegen, die im Raum sind, gerne zuhören werden. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Also, gerade bei der Frage des Jugendschutzes gehen die Meinungen, womit schützen wir denn die Jugendlichen am besten ziemlich weit auseinander. Wir wissen, in 2012 hatten wir eine Reihe von Konsumenten und Konsumentinnen, gerade im Bereich der Jugendlichen, der 12- bis 17-Jährigen, der 18- bis 25-Jährigen, obwohl diese Droge eine illegale Droge ist. Wir wissen, dass gerade der Inhaltsstoffgehalt, wie Herr Buckert eben gesagt hat, der THC-Gehalt für die Jugendlichen nicht wirklich transparent und klar ist, wenn sie bei einem Dealer um die Ecke irgendeine Substanz kaufen. Wir wissen nicht, wie Herr Üner gesagt hat, welche Substanzen beigemengt sind. Und ich kann Ihnen nur sagen, wenn wir nach wie vor die Prohibition hätten, wenn Alkohol in Deutschland verboten und eine illegalisierte Droge wäre, dann wären viele der Jugendlichen blind, dann wären viele der Jugendlichen mit hohen alkoholischen Getränken, die sie dann am Schwarzmarkt konsumiert hätten, stark belastet. Das heißt, Jugendschutz ist nicht unbedingt durch ein Verbot an irgendeiner Stelle zu erreichen, sondern Jugendschutz ist auch dadurch zu erreichen, dass wir eine umfassende Aufklärung haben und dass wir reine und saubere Substanzen und deren Inhaltsstoffe kennen. Und wir haben gerade im Bereich der Prävention viele Probleme damit, dass auch Eltern nicht in der Lage sind und sich nicht trauen, die Beratungs- und Hilfestrukturen aufzusuchen, weil sie Angst haben, dass sie ihre eigenen Kinder damit in Schwierigkeiten bringen und dass ihre Kinder kriminalisiert werden. Also, wir werden eine ideologiefreie Debatte darüber führen müssen, wie wir die Jugendlichen wirklich besser schützen können, ob mit einem geregelten Markt, in dem die Konsumenten und Konsumentinnen nicht kriminalisiert werden, sondern diejenigen, die jenseits des Marktes illegal Drogen verkaufen, kriminalisiert und kriminell auch dementsprechend verfolgt werden. Diese Debatte muss aber ideologiefrei sein. Der Antrag der Piraten ist ein Antrag, der dem Ganzen aber nicht gerecht wird und auch an der Stelle letztendlich nicht wirklich weiterhilft. Denn die Entscheidungen darüber, ob es Modelle in Nordrhein-Westfalen gibt oder nicht, sind keine Entscheidungen, die das Land Nordrhein-Westfalen stellt. Wir können die Entscheidung nicht treffen, wir können die Anträge nicht stellen, sondern Kommunen führen die Diskussion, werden die Anträge stellen und das Bfam wird an der Stelle entscheiden. Deswegen glaube ich, dass auch ein runder Tisch, dass die Diskussionen und die Punkte, die in dem Antrag stehen, welche sind, die in Nordrhein-Westfalen überhaupt nicht an der Stelle in irgendeiner Form infrage kommen. Was wichtig ist, ist, Sucht hat immer eine Geschichte. Nicht die Substanz steht am Anfang der Sucht, sondern am Anfang stehen die Probleme der Menschen, durch die sie dann den Zugang zu einer Sucht finden. Und deswegen brauchen wir Prävention von Anfang an. Wir müssen Menschen helfen, dass diese Geschichte nicht erst entsteht, die in die Sucht führt und das unabhängig von der Substanz, sondern um die Persönlichkeiten zu stärken von klein auf, dann hat Sucht vielleicht eines Tages diese Geschichte nicht mehr. Vielen Dank, Frau Ministerin. Für die Piraten spricht jetzt noch einmal der Kollege Lammler. Frau Präsidentin, Herr Yüksel und Frau Schneider, hier an dieser Stelle in dieser Debatte die Flüchtlinge vorzuschieben, ist politisch schwach und menschlich unglaublich hässlich. Und Herr Ünal, das ist doch echt verlogener Dreck. Sie hatten zwei Monate Zeit, sich einzubringen und diesen Antrag mitzugestalten und jetzt hier zu stehen und zu sagen, der Jugendschutz ist nicht drin, ist einfach nur so was von verlogen. Das glaubt Ihnen doch kein Mensch. Hören Sie sich eigentlich nicht mal selber reden, können Sie in den Spiegel schauen. Ich glaube nicht. Das ist einfach nur widerlich. Ja, jetzt sitzen Sie da mit einem selbstgefälligen Grinsen und zeigen eigentlich, wie scheißegal Ihnen doch das Ganze ist. Schade. Herr Lammler, ich habe Ihnen jetzt das Mikro abgedreht, weil ich finde, jetzt fängt es an, dermaßen unparlamentarisch in der Ausdrucksweise zu werden, dass ich auch Ihre Erregung nicht mehr verstehen kann. Für die wiederholten Ausführungen, die den Begriff Lügen, Verlogen, Dreck betreffen, rüge ich Sie. Und für den Fäkalausdruck rüge ich Sie gesondert. Und ich erwarte, dass das jetzt aufhört, weil damit auch die Debatte, die Sie führen wollen, wirklich ins Gegenteil verkehrt wird. Ich schalte Ihnen das Mikro wieder ein, damit Sie die restliche Redezeit haben. Kommt noch ein Ausdruck vor, ist es sofort wieder aus. Ich war bei... Ich war bei widerlich. Ich hoffe, das ist noch ein parlamentarischer Begriff. Und es ist widerlich, wie Sie mit den Hoffnungen der Menschen spielen. Der Hoffnung von Patienten, die in die Kriminalität getrieben werden. Es ist widerlich, wie Sie mit den jungen Menschen spielen, die viel zu früh mit Polizei und Staatsanwaltschaft in Konflikt geraten und ihr Leben lang gebrandmarkt werden. Es ist widerlich, wie Sie geschädigter für Hohen, die mangels Qualitätskontrollen ernsthaft erkrankt sind. Heute hier hätten Sie die einmalige Möglichkeit gehabt, das alles zu verändern. Aber Sie zeigen jetzt auch gerade mit Ihrem Geklatsche, Sie wollen das alles nicht. Einfach mal den Menschen da draußen zeigen, dass Sie zu Ihren Versprechen stehen und nicht nur bloß drumherum reden. Das wäre es nochmal. Das wäre eine nette Abwechslung. Und wie erklären Sie das eigentlich all Ihren Leuten? Wie erklären Sie das der eigenen Parteijugend, die seit Wochen im Jointkostümchen durchs Land zieht? Ja, in Wahrheit benutzen Sie diese noch, um sagen zu können, dann später am Wahlkampf, hey, wir machen ja auch irgendwas mit Cannabis. Wissen Sie was? Die grünen Jugend, die Jusos, sind nur ein fester Bestandteil dieser riesengroßen Verarschung. Ohne es zu wissen. Vielen Dank, Herr Kollege Lammler. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Herr Kollege Lammler, Sie hatten erstens die Redezeit und zweitens mein Angebot überschritten. Und von daher habe ich Ihnen jetzt das Mikrofon ein zweites Mal abgestellt. Wir kommen, wenn keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, das bleibt so zur Abstimmung. Erstens über den Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 9587. Ach so, Entschuldigung. Entschuldigung, ich habe noch eins vergessen, bevor wir abstimmen. Vielen Dank, Herr Dr. Kober. Ich muss Ihnen und darf Ihnen noch mitteilen, bevor wir zur Abstimmung kommen, dass der Abgeordnete und Kollege Dr. Gerhard Papke nach 47 Absatz 2 unserer Geschäftsordnung dem Sitzungsvorstand, also uns, eine kurze schriftliche Erklärung zu seinem Abstimmungsverhalten übergeben hat. Und wunschgemäß wird diese Erklärung dann Teil des Plenarprotokolls werden. Mit dieser Ergänzung komme ich jetzt noch einmal zur Abstimmung oder eröffne sie wirklich endgültig, und zwar noch über den Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 9587. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat, wie wir wissen, direkte Abstimmung beantragt. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Piraten. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? SPD, Bündnis 90, die Grünen, CDU und die FDP. Vielen Dank. Möchte sich jemand enthalten? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag, über den wir eben abgestimmt haben, mit dem festgestalteten Abstimmungsergebnis abgelehnt worden. Wir kommen jetzt zweitens zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion der FDP. Dieser trägt die Drucksachennummer 9658. Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist die FDP-Fraktion in großen Teilen. Wer stimmt dagegen? Das sind SPD, Bündnis 90, die Grünen, CDU, die Piraten und Herr Kollege Dr. Gerhard Papke. Vielen Dank. Gibt es Stimmenthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist mit dem festgestalteten Abstimmungsergebnis der Entschließungsantrag der Fraktion der FDP ebenfalls abgelehnt worden. Und ich schließe den Tagesordnungspunkt 8. Und ich schließe die Ausschrift für die poundsignisse Und ich schließe die Ausschrift für die Ausschrift Deswegen muss sich das über eine andere Das war's für heute.